Wir freuen uns jetzt für Sie, Shakespeare's sämtliche Werke, leicht gekürzt, verhindern zu dürfen. Oh Romeo, ach Romeo, warum denn Romeo? Zwei Pilger neigen meinen Lippen, sich den herben Druck im Kusse zu versüßen. Nimm diese Fläschchen und trinke den Kräutergeist, den er esse verwahrt. Oh, da kommt die Amme ja. Kommt, offenbart mir ferner was Verborgen. Ich will dann Strafen oder Gnad erteilen. Herzlich willkommen zu unseren rühmischen Mahlzeichen. Wer da? Nein, mir antwortet. Steht und gebt euch kund. Wie geht es meinem besten Prinzen Hamlet? Gut, im Himmel sei Dank. Auf einmal Prinz Hamlet mit aufgerissenem Wams, kein Hut auf seinem Kopf. Ach, armer Jochik. Mit dieser Antwort habe ich nichts zu schaffen. Leicht gekürzt. Entschuldigung Vielen Dank.